Ich bin Twilight Sparkle. Ich sorge dafür, dass es im Leben eines jeden Ponys Magie, Musik und Freundschaft gibt. Schnappt sie euch. Wir müssen Equestria retten. Was passiert? Hier mit mir. Hol dir deinen Fanartikel von My Little Pony im Popcorn-Menü, hier im Kino oder direkt in unserem Fanshop. My Little Pony, der Film. Ab 5. Oktober im Kino.